Yin-Yang. Yin-Yang ist ein taoistisches Prinzip. Yin-Yang ist die Grundlage des Gleichgewichts in der Natur. Yin-Yang gibt es im Kosmos und im Menschen. Yin-Yang sind zwei sich ergänzende Prinzipien, so wie Sonne und Mond, Licht und Schatten, wie männlich und weiblich. Yang gilt als der männliche Pol, Yin als der weibliche Pol. Und Yin-Yang symbolisiert damit die Einheit von Mensch und Gott, könnte man sagen. Man könnte aber auch sagen, dass Yin-Yang das Prinzip des Rhythmus ist. Wenn es sehr hell ist, ist in der Mitte schon das Dunkle. Und aus dem Dunklen wird wieder das Helle. Und so ist Leben ein Rhythmus. Und überall gibt es männlich und weiblich hell und dunkel. Und das überall zu erkennen und zuzulassen, ist eine der Aufgaben der Menschheit im Taoismus. – Wir schauen uns nicht. – aber não wandern was. – Nein. Bien. –この Timothy. – S мыть-Einheit.